Ist da noch ein Plätzchen am Feuer für einen Idioten wie mich? Ich dachte, Sie hätten aufgegeben. Richtig. Ich hab's aufgegeben, aufzugeben. Ich hab da draußen lange rumgesessen. Ganz allein. Beschämt mit meinem Banjo. Dann hatte ich einen Sinneswandel. Hab lange gegrübelt und überlegt, was ich Ihnen sagen könnte. Naja, mir wurde klar, dass es nichts zu sagen gibt. Aber vielleicht, nur vielleicht, könnte ich etwas singen. Nein, ist schon gut, ist schon... Marshall, Will und Holly, auf ihrer Routine-Expedition. Sie traf das größte Beben aller Zeiten. Das ist alles. Das, das war sehr schön. Entschuldigung, angenommen, Kumpel. Danke. Sie sind wirklich zu gütig. Ich weiß das zu schätzen, das hat eine sehr heilende Wirkung. Sie traf das größte Beben aller Zeiten. Hoch auf den Wellen, ihr Brot wurde erfasst. Ah, das ist gut. Der Wasserfall naht. Oh, ich bin so müde. Tausende Meter tief. Wahnsinn, ich fühl mich richtig schwach. Vollkommen fertig. Auf jeden Fall, es folgt jetzt ein kleiner gebrochener Akkord. Nichts Verrücktes. Oh, ich fühl mich richtig schwach. Frisch ins Land. Der Vergessene. Nein. Ich bin so müde. Was ist passiert? Ein Käfer krabbelt auf ihn. Aber jetzt ist er weg. Oh, okay.